2. Kreisliga in Fürth, der CVJM unter Aspach 3 mit Bastian Wim, U18 Spieler und konstant in aufsteigender Form und am 2. Tisch Jürgen Eicher Zellrichter am Tisch ist Thomas Böhm aus der Weyerhofer Tischtennisfamilie Die Nummer 1 im Weyerhofer ist der Andi Böhm, der spielt in der Landesliga vorne raus ein Hammerspiel Neuan, aggressiv, riskant, gefährlich Und auch sein Bruder hat hier sein erstes Einzel sicher gewonnen, 3 zu 1 gegen die Nummer 1 vom CVJM in der Aspach Ich werde mich hierher 1 bis 2 bis 3 bis 3 bis 5 1 bis 5 1 bis 5 2 bis 5 1 bis 6 1 bis 6 1 bis 15 Das ist er, der Papas Film, kaum einst, so Mitte der 90er Jahre, von Brücke fallen nach Weyerhof. Er hat sich dort gut engagiert als Spieler, als Funktionär. Das ist überhaupt eine tolle Truppe, wie Weyerhofer. Sehr guter Mannschaftsgeist kann man gar nicht sagen, Vereinsgeist, Abteilungsgeist, die stellen allerhand auf die Beine. Da wird es immer eine Zischtinger-Fasching, an der sich viele beteiligen. Sie haben auch große Erfolge gehabt. Ein bisschen davon. Sie haben immerhin schon eine Bundesligaspielerin herausgebracht, aus der anderen Weyerhofer-Fischbundesfamilie, nämlich den Hildgärtners. Da ist die Mama-Funktionärin. Andrea Hildgärtner, wie gesagt, bayerische Meisterin, Bundesligaspielerin. Unter anderem der damaligen TDC Rotenbach St. Wolfgang, jetzt unbenannt in Optik-Wendelstein. Die Schwester von der Andrea Hirstin ist auch recht gut und zudem noch eine sehr engagierte und sehr gute Kennerin. Und das nicht nur im Verein, sondern sie ist Gymnasiallehrerin im Lande und gibt dort auch als Wahlfach am Gymnasium zustimmen. Und wenn ich mich recht erinnere, wäre ich da irgendwann einmal sogar eine Jugendmannschaft am U18-Mannschaft aus Dauro, bei einer deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Und das ist eine große Sache. Entweder auf Platz 1 oder zumindest ganz weit vorne. Für das kleine Äckchen Weyerhof ist das wirklich eine große Sache. Am 25. Juni 1991 haben die übrigens die Hand eingeweiht, die sie quasi selbst gebaut haben. Also da haben sich alle Vereinsmitglieder richtig daran beteiligt an diesem Bau. Mit festen Arbeitsstunden. Zur Einweihungsfeier gab es dann ein großes Fest mit der damaligen europäischen Spitzenspielerin Olga Männersch. Vielfache deutscher Meisterin. Euro-Top 12-Gewinnerin. Mit 16 Jahren schon eine der besten Spielerinnen Europas. Hatten wir das Problem, dass sie eine sehr gute Kontespielerin war, aber im Topspin war nicht ganz europäische Spitzenklasse im Angriff. Da hatte sie ganz gut geblieben. Und wenn sie gegen Verteidigungsspielerinnen kam, dann wurde es schwierig zu gewinnen. Da hat sie einmal ganz legendär auch gegen die Noppen-Queen aus Mittelfranken in einem Halbfinale einer deutschen Meisterschaft verloren. Gegen die Mama von Michael Ziegler, Uschi Oswald Ziegler. Wie damals ein Material spielte, lange Noppen aus der Knoppentüche des österreichischen Spezialisten für Beläge Tony Holt. Der auch den Aldi-Top-Belag seiner Zeit erfunden und auf den Markt gebracht hatte. Und mit diesem Belag war die ihr schon jahrelang nur ganz schwer zu schlagen. Vor allem, wenn man sie nicht kannte, weil ihr Stil war sehr unorthodox, aber hat genau auf diesen Noppen-Belag gepasst. Die Noppen-Belle von ihr kamen abartigst zurück. In Bayern hat man sich dann irgendwann darauf eingestellt. In Deutschland ebenfalls, aber wenn sie Europa-Pokal spielte, dann gab es da einmal Sätze wie 11 zu 2, 11 zu 3. Oder, falls ich jetzt in der Zeit nicht richtig lieg und das noch vorher in Verregel war, dann waren das eben 21 zu 4, 21 zu 4. Da müsste ich jetzt googeln. Aber jedenfalls Schneider ohne Ende. Ich weiß sogar auch keiner am Anfang auf der Rechnung hatte, bis sie es dann rumgesprochen hat. Jetzt spiele ich natürlich erste Bundesliga bei Langweid, soweit ich mich erinnere. Oder bei... nein, nicht bei Langweid, sondern bei Klettern-Erding. Und dann ist der Verein Woll. Wo das Erdinger Weißbier herkommt. Und so, Jürgen Eichelner hier. Den ersten Satz hat er gewonnen. Jetzt steht sieben beide. Einer der zuverlässigsten Spiele in seinem Pargolz für die Unteraspache. Gegensender. So, und hier greift nun Rudi Wöhm an. Der Papa Erdögen war das, ihn Stefan Kaiser. Und das Spiel muss wohl die Grüße Reinhard Steinbrüche schützen. Wöhm!